Houston, we have a problem und sonst was, weißt du? Ich hab's so wirklich gut gemacht, so kleine Details. Darf ich mal landen? Ich möchte gerne landen. Ich hab ne Angel, ich wird die Leute zu Tode, Alex. Hast du das gesagt? Ich angel dich weg, Junge. Eine goldene MP direkt. Ja, ich hab glaub, an der Zieson hab ich definitiv Glück. Aber wie ich schon gesagt, normale Pumpgarn spiele ich jetzt rüber, nehmend gerne, aber... Au. Ja, die nehm ich mit. Affe, ich komme mit zu dir. Lauf den. Und dann bleib stehen. Danke, Monke. Schütze, danke für das Geld. Hier sind Schritte irgendwo, komm her, du kleiner Pisse, Alter, ich will töten. Ein deutscher Wort. Hat die Fressen, der sterben. Denen Schong zu geben, die Monke. Warum schießt der von dort hinten, woher wusste der, dass ich da bin, woher? Sag mir das mal. Der hat gegen eine Wand geschossen. Danke für die blaue Papp. Hm, hm? Ich bin schon Monke. 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 Swoo. Monke. Monke. Wollte sagen, lass in die Zone, wir sind aber perfekt in die Zone. Äh, äh. Wann sollte das? Werd' denn da geschossen? Bin ich auch so viel? Ich bin ein Affe. Ich bin ein Fixer. Man tut Affen nix. Oh, das ist Monke. Aber der Monke im Weltall, erinnert sich, dass das ein anderes Spiel? Call of Duty? Genau. Die Mondmap. Jetzt die wussten wir schon, Monke, Beste. Hm. Äh, keine Toilette. Toiletten sind ja nicht erlaubt. Affen, Kacken im Freien, ja? Haha. Du brauchst wieder eine Pump Gun wieder. Monkey Gun. Hm, na, 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 na. Brr, utzi. Na 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 monkey, da 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 na monkey Oh monkey ich komme ja ich diese auch bestehen vereinigung der monkey sagte warten wo dein kollege ist wirft in der granat haus wo ich soweit ist doch der da oben das gold nimmt ja auch wieder mit da hinten wird geballert ist sogar eine tot den amerikanern und drei leute ich hab mich tot denn nicht mankes also ich hab gedacht ruhe habe ich verstanden die sitzen im auto der eine hüpft wieder raus ich weiß jetzt nicht ob die den einen schnack schon gekillt haben da hinten siehst du der eine hüpfte irgendwie so wie ein geistig behinderter und das auto ist gerade schon weggefahren der goldene monkey du ich bin normaler monkey in der meiswesuit oh oh muss mir jetzt ganz stark klingisch vorgehen weil ich weiß ganz genau die wollen uns die bananen ich wollte unsere bananen leck mir schenken meine bananen meine bananen gesagt das ist geil aha aha beballern sich da angriff ich hab monkey scanner monkey scanner geil ja hier glaube ich ja gut dann nehme ich mir die blaue bei denen auch noch mal ein paar minis die herrschen ja schnell nehmen wir brauchen unterstützung der affe mit der affen dürfen nicht alleine rumlaufen wir sind vom aussterben bedroht und haben dicke eier aha das ist ein vogel sich jetzt verstecken oder was ich hoffe die sind im haus aus oder einer einer kommt raus der einer kommt raus hinter dir man legt sich mit monkey an f***t euch oh ne goldene hebel ah ne da nehme ich die liane aber hier hat er noch alles was für den affen ist das mutter ok machen wir ja es sind fünf kleine haben wir die die monkey muni monkey muni gut monkey muni wenn keine bananen auch wenn das richtige spiel war diesmal waren sie blöd aber was die meisten für euch als fehler machen wenn der eine down ist dass ihr den alle direkt tötet obwohl er noch der zweite ist das habe ich aber der neue b macht das nicht das habe ich gemerkt weil der weiß direkt okay gut der stirbt direkt und dann gestern zum beispiel die eine runde die wir verkackt haben nur der eine typ den einen ausfragen musste obwohl er ganz genau weiß dass viele sind das monkey krill monkey schrauben alles monkey monkey alles monkey monkey jetzt habe ich wieder monkey ja man ja man jawohl das hochsteigt ja man ok gehen wir weiter wo die monke ist wo die monkeys wo die monke ist wo die monke ist wo die Bananmenmus für alle Bananmenmus ja man aber ich finde das gut dass jetzt endlich das neue kostüme auch für den für die die ist die charaktere sind bei killing floor aber nicht mag ich werde mit tupo geschmissen wo ja jetzt ist auch auf die unwürdiger nicht manke muss sagen diese einzeln kann wenn die trifft das tut weh aber sonst hat die fresse habe heute nicht manke hast du mal gemerkt dieser rucksack den du hast wenn du so an der wand stehst der leuchtet an der wand ist das für man keils manke lampe ist an der banane drin ja die sind drei goldene bananen die kraft aller manke goldene banane gesetzt damit keiner auf die gloreiche idee kommt in die scheiß geschützt zu benutzen mit meiner augen monkey eier was schon elf leute nur noch ja die manke ist es liegt alles von den mann ist scheiß teddybär der das einhorn von der grund nicht manke ist da hinten ist auch noch mal einer ich glaube der eine holt dann müsste punkt wird er sein kollegen sowie es außer aufpassen da am haus die wir sehen uns dann schon von weiten pass auf nicht manke ist weil er nicht manke ist müsste sterben auf was ein auto direkt da ist einer der will wiederbeleben ok er ist dort die nicht manke ist ja sind noch sieben leute also jetzt aufpassen das sind noch vier teams das können wir in die richtung wo der würfel ist weil da wurde aufgebaut aufpassen auf dem dach auf dem dach auf baum 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 bau und lebe dürfte nicht manke jetzt nicht zu hast dich werden unterrad schild break auf jeden fall oh scheiße ich sollte mich mal heilen auch kommt mach hin mach hin dann mal schnell das hier hat auch schild break der obere jetzt von der seite auch noch willst du mich verarschen nicht manke ich halten zusammen ja tun sie auch nicht mehr in den rücken aufpassen gebüsch im gebüsch du buchen so ja und dann noch am voll die feigen hüben könne nicht manke ist ja bereits da recht wieder oder zu aber doch mal landen Tschüss. Was würde ich auswerden? Doch. Ich habe es schon gesehen dahinten. Und hier. Warum was ist denn? Oh, jo. Das ist ein Neubi gewesen. Ja, das kommt schon gut. Das ist Brudy. Oh. Komm zu dir. Ich gehe erst mal. Danke. Ja. Ab was für dich bleib stehen hier. Du musst aber noch was voll haben. Oh. Oh. Nein. Ich will den Scheiß fisch nicht. Ich will das mitgekippen. Das war meine Zigarette. Das würde ich nicht umsonst angemacht haben. Ey. Jetzt will ich Zigarette mit noch verarschen oder was? Ich gehe auf den Scheiß. Oh, hier ist ein Monkey. Monkey. Oh, eine blaue MP. Oh, Gold. Oh, Granaten. Scheiße. Wo ist der denn? Du hast dem Angst eingejagt, Neubi. Er hat keine Lust mehr auf dich. Ich geh ja schon wieder runter. Er hat sich gedacht, ne, der hat mein komplettes Team gekillt. Ich mach pissen mich, mein Lieber. Alter, das ist sehr viel von mir irgendwo. Ne, das sehe ich schon wieder mal. Unser IT ist ja schon tot. Ich weiß, das ist ein anderer. Ne? Ja. 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 Einer knocked. Ja. 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 Auchй! monkey danke 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 ja ich bin noch da das ist gut ab ich bin schön danke danke ok, los geht's auf den Berg bevor Sony Macaroni kommt für die offene für die offene für die offene für die offene kann man diesen Affenskin eigentlich auch noch aufleveln? was aufleveln? ja dieses Würfelding was ich hier habe das gibt es in blau das gibt es in lila das gibt es in speziell gelb dann gibt es halt diesen normalen goldenen Affen dann gibt es diese gibt es das nochmal in grau und es gibt alles in pink das gleiche gibt es nochmal für den ein für den Einwarnskin äh 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 das ist schlecht ne ah, Zone! leck mich doch nein, Mankai Mankai nächste Zone ist dahinten hinter der Woods die wollten schon verarschen ich glaub das lila haben du musst ja erstmal die Bonus-Dinge haben das heißt ich brauche jetzt erstmal ab wieder 25 Sterne und dann bin ich jetzt in den Bonus-Belohnung aber dadurch dass du die ganzen Fische schon äh äh Fischeskins freigeschaltet hast kannst du eigentlich schon sogar den direkt den unteren Monkeyskin haben ja das weiß ich ja schon witzig ja finde ich cool darum hole ich mir als erstes ein Monkeyskin ich hab äh äh oder ein Horn erstmal einer vom Einwohnen geholt und dann habe ich alle vom Affen geholt Affe ohm, Monkey ich mag Monkey okay ja danke ich bin die beste ist gerade im Tier gestorben das arme Tier ihr miesen Motherf ihr tötet Tiere scheiß nicht ich meine neu geregelt hat schon der holt den sie wo ist der der Psychopath hier in dem Spiel aber Fisch muss man auch nachts überfangen und dann nur noch in speziellen Gebieten naaa mir fehlen auch noch voll viele muss man alle 50 Fischer haben, Bruder genau äh nein, du musst nicht alle haben ah du musst 25 Stücke haben okay manche gibt es äh im Sumpfgebiet bestimmt oder nachts mhm Sumpfgebiet ist weil okay das ist das Sumpfgebiet okay ja dann gibt es welchen Waldgebiet musst du tagsüber und nachts machen okay und dann auch mit der Super Angel wie du hast gestern mal gesagt hast ne mit der blauen ähm und dann gibt es noch welche äh Gebirge also die Gebirge im Maprand kann ich hier später mal zeigen wie das was das genau ist was das genau ist weil wie hier ist ne blaue Kramp kann normaler wenn du die haben willst er spielt auch eigentlich mit der normalen aber du kannst damit glaube ich besser zählen als ich ja es gibt doch noch grüne Hebel oder noch grüne Kramp ich werde dir hier ist ein Möscher drin was geht man kann na wir kommen schon so 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 kommst du bro komm Monkey Monkey ich frag mich aber wer diese eine auch Die Rolle ist, die ersten 20 Tagen zum Freischalten. Das ist die Würfelkönigin. Ah, woher weißt du das schon wieder? Monkey. Da sind nicht Monkeys drin. Okay, dann lass rein. Das war jetzt. Hast du ihn? In der Luft geholt. Nice. Brauchst du ein Gift? Auto. Nein, du bist in Ruhe nicht, Monkey. Ich komm zu dir, Bro. Kann ich die Truhen öffnen? Oder wenigstens eine? Zwei Gegner. Ja, dann öffne die. Ich mach die nur auf. Du kannst nehmen ruhig. Danke. Ich hab das ja schon fertig. Ja, ich schon nicht. Ja, ich schon nicht. Ich hab das ja schon fertig. Oh, ich liebe die hier an der Empower. Warum spielst du auf der Killing Floor? Ich bin nicht fertig. Und wie weit Antστεig kommt, Shniper? Ich schläft nicht. Ich schläft War ich? War gut Ja, 3 BK weg Passt Ja, Leute, lasst sie un Hammer Aus, ohne Bruder Da liegt da noch einer genug, Bruder, bei dir Aufpassen Hey, der ist tot Ist da noch einer? Na, auf jeden Fall den einen Teammate hab ich geholt schon Nein, 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 nein Ey, sauer 2, ey Hallo 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 Ja, dein ist irgendwie weg Wo sind die denn? Ungefähr Ah, da sind wir hier mal markiert Ich seh das nicht Ich seh nur, wo ihr hier hinballert Okay, danke Auf der Treppe Auf der Treppe oben ist da aber einer In unserer Wache Alter, schüttchen Ja, der eine ist da noch drin, irgendwo wird drauf geballert ab Okay, der eine ist im Gebäude drin Ja, der eine ist im Gebäude drin Ja, der eine ist im Gebäude drin Praktiker Ah, die fliegen aus Die fliegen weg Ich sehe hinten, im Stand Unter dem Berg und ja ist gut oder du bist ein monkey du darfst erscheinen aber noch einmal mehr mitzahne ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 einer noch nur noch der andere holt ihr euch der andere ist noch aber noch weiß nicht noch weiß nicht er ist hier erste runde direkt siegmann monkey wie? was? we'll get your dirty hands off my space unit oh 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 hau doch nicht ab, friend doch, der haut ab doch, der haut ab doch, der habe ich den prob ich mir Ihr regt euch ja die ganze Zeit hier über Venom Carnage auf, ne? Ja. Was ist denn jetzt damit? Ab, äh, was war das? Ich glaube, ab 18. sind die raus aus dem Game. Okay. Geil. Was, am 18. sind die raus? Ja. Nice. Eine Woche und ein Tag. Ja, so lange müssen wir noch raushalten. So, ich komme wieder zu euch, ne? Weiß einer, was der Automat da oben auf der Station verbaut? So, hab ich gerade jetzt nicht gesehen. Bruder, bleib stehen. In peace. Ja. Green. Okay. Die sind beide bei US-Suite bis vor. Neben der Maschinenpistole, danke schön. Jetzt ist es nochmal eine Schraube. Hier liegt eine Pamp da unten. Ja, da. Ich komme zu dir, ne? Das ist eine Autor, die ich gemütet habe. Das ist ein natürlich, ich weiß, ich weiß, ich muss doch mal. Ich glaube, das ist auch angelegigt. Aber sei Dank Gott. Nockies sind unterwegs. Das ist aber gut Das ist aber gut Warten wir mal einen jetzt Nein Verfolgen sind die Abschüsse Das brauchen wir doch auch nicht Nein Bestimmung spüren Ich werde wieder getaute weil das Gegner Aber das sind die Bestimmung Warte Monkeys sind da Aber die werden doch Die werden auch noch von anderen Leuten Beballert anscheinend Ja natürlich Über 92er Headshot Und er kennt in der Natur 92er So ein Loop So ein Loop Ich hasse diese Ratten die einfach mal wochen Die Spielen zu tun Schade Scheiße Alter ist das Wind und Hals nicht Das weiß Okay Ich glaub man da reinhaut Und jetzt meine Flashes Dank ist Dank ist Der Stopp Wegt euch nicht mit dem Monkeys an Ich geh den Neubi wieder da hinten holen Oho Fuck Oho Das ist nicht du nicht monkey Hm Darf ich jetzt unseren Teamkollegen wiederholen Darf ich jetzt unseren Teamkollegen wiederholen So So wir sind jetzt alles noch in der Zone Alles gut Kurze Sachen nochmal mitnehmen Hm Da kann ich mir auch mit Jetzt mal für Neubi dahin gelegt Da 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 Alle So Weide Weg gehts da hinten wo wieder Weide Weg gehts da hinten wo wieder Was ist da mit Deck? Was ist da mit Deck? Arsch Ja Ich hab mich so Hä? Ach da hinten liegen da Äh da sind noch Schüsse geschmissen Hä? Das ist schmuck blüten Mach dir erstmal Schild Gut Ich bin dran So Den Pulskartenwerfer muss ich den suchen Dann hat er einer von euch Ich hab keinen Ich hab zwei Kugeln Äh Raketen Äh Ich war auch grad Ob ich ihn hatte Verschwemmene Gege Ja Machen wir mal die Farketen Äh Hast du Ähm AR-Muno und Pabkan-Mulizium? Habe ich nichts Außer jeweils noch einmal passiert Aber hier liegt doch noch Einmal Guck mal Sag mal Mann Bitte Damit kann ich dann wieder auch ein Schüttzer sein Ich bin dann hier auch ein Schüttzer Gibt's auch noch so ne Schüttzer Schuhe Okay. Okay. Sollen wir die Truhe aufmachen oder übernutzern? Ah, in die Zone oder so? Okay, dann machen wir schnell. Sollen wir kurz weg? Und dann komme ich halt mit der Herren. Da, Monkey. 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 Weiße MP, ich finde erst erstes eine graue, grüne und dann eine goldene. Finde ich gut. Dann gibt es hier jetzt nirgends so die scheiß Apule, so hätte ich mir zwischendurch noch ein paar Fische gefangen, aber nein, leck mich viel. Ja, hier ist ein analog. Ja, aber ich habe keine Angeln, ich habe auch keine Apule. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Hier sind die Metallplatten, wenn jemand braucht. Ich habe mich auch so in der Norm schlicht jetzt wieder dahin geschlossen. Ja, Jumpe. Ich will doch nur Pappfische fahren, es sind nur noch acht Leute. die wurden gelootet auch bei der das mit dem auto na jetzt krieg ich eine angewöhnen zeit haben weg mir doch am arsch spiel so hart dass sie kein feuer haben ich hab mir auch mit der feuer ist nach was er sich auch klüge haben schon bringen aber ich würde jetzt schocken und hause jetzt und verpisst euch doch wie dreckfischer er das wird schon haut von den wölfen ab oder willst du die umbauen ich nehme die normalen ja nur die ich hatte und alles wird nur noch neun leute macht das ich gucke aber von hinten man kann ja nie wissen will dass ich hinterhalte und du kriegst ein paar kugeln in den rücken das ist fortleid immer noch da habe ich auch von angst ja hier ist auch eine feuerfahrt ne aber dann habe ich jetzt nicht so ja wir sollten in die zone, die macht jetzt fett schaden ja warum laufe ich das leben wieder neune, einer wo neun sterbelt oh wild schwein schon wieder hier so ein fischbecken ich habe keine verkehrte andere wieder dabei ich krieg's kotzen ich krieg's auch mal überspucken, ich krieg's ne andere jetzt fähig ich das jetzt nicht mehr jetzt fähig ich das jetzt nicht mehr manche? Manke? Doch, Manke. Gold hab ich eher. Das sind die Gegner. Alle ausgestorben. Scanner von euch. Lass sie oben bleiben. Ja, aber wenn er versucht, die Tore zu kommen, versuchen wir sie. Alle ausgestorben. Alle dabei. 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 Ja, und wir werden noch von der anderen Seite geballert. Alle dabei. Ja, ich würde dann sicher gegenseitig. Einer wieder bei ist der in der Mitte. Ja. Stich rein. Also Stich rein. Das sind die letzten, glaube ich. Das sind die letzten. Das sind die letzten zwei. Mhm. Sie spielen sich. Sie spielen sich safe hoch. Mhm. Mhm. Boah, der lefert mich richtig weg. Dahle. Ach, mega. Aaaaay. Jajaj. Ach. der eine ist lockt der andere ist auch noch zu einer bruder die 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 die